Stimmt es, dass man mit Sahnesteif die Potenz verbessert? Bei meinem Versuch Milch herzustellen aus Mehl, Hafermehl, verwende ich Sahnesteif wegen Kaliumphosphat als Säureregulator. Und da stellt sich nun doch die Frage, bildet Sahnesteif auch das andere dazu? Zu diesem Thema weiß ich nicht ganz genau, was es dann bewirkt, aber weißes Pulver hat schon immer diese Frage gestellt. Für meine Hafermilch verwende ich dann immer ein Päckchen Sahnesteif mit Hafermilch, einmal umrühren, Kaffee, reguliert den Säuregehalt, da ist Dextrose drin und Kaliumphosphat. Und ich glaube es wirkt schon irgendwie.